Jetzt machen wir mal nur die Tomate. Und was ich auch noch gern machen würde, der Fisch. Den kann man ja auch putzeln. Und, ähm, ich weiß nicht, ob man das warten kann. Ich glaube nicht. Aber, ähm, wir können ja mal gucken. Also, man kann putzeln, den Fisch kann man putzeln. Das sieht man im Top. Oh, da liegt ein Herzchen im Wasser. Und noch eins. Der dauert ein bisschen länger, oder? Ich glaube, wir müssen vor. Und dann machen wir mal die Tomate. Und was ich auch noch probieren würde, gerne, ist, ähm, zum Beispiel, vielleicht kann man ja so Pizza machen, oder sowas. Ja, schon. Mit Getreide und Tomaten. Monster! Oh, nee. Spinnen wir da. Äh, nein, Termiten. Oh, jetzt sind die alle da drüben. Nichts kaputt machen, bitte nichts kaputt machen, da. Aber die kommen wenigstens, die sprengen das wenigstens nicht so, wie die, wie die anderen Monster da, die, die von den Bösen zerstören da. Und wenn die kommen, die sprengen halt einfach ein Loch rein. Die Termiten, die rennen gegen die Wand und machen wahrscheinlich gar nichts, könnte ich mir vorstellen, weil die nichts sprengen können, aber von dem, von dem Bösen, die machen halt einfach alles kaputt. Ich habe das so gebaut, dass es keinen Aufgang gibt, damit auch die Gespenster nicht reinkommen. Deswegen muss ich mich immer nach drüben porten. So, was haben wir denn da? Tomatengelad. Anja stellt zum ersten Mal tolles, was? Gemüse, was? Das will ich natürlich jetzt auch wissen. Tolles Grillgemüse. Okay. Ich wollte es eigentlich gleich mal essen, vielleicht. Ich habe noch mehr Fische. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte noch einen. Einen. Okay, dann probieren wir mal. Guck, muss ich was essen? Ich müsste ja eh was essen. Dann kann ich das gleich mal probieren. Oh, 25%. Und dann probieren wir mal Tomate und drei, denn hier geht nicht. Ah, da wird jetzt auch gar nichts mehr angezeigt, dass es gehen würde. Okay. Das würde mich echt interessieren, ob man da was kombinieren kann. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Na gut. Vielleicht kommt es noch. Oder ich brauche dazu wirklich einen Herd mit einem Topf oder sowas. Okay, dann schauen wir doch mal, wo wir unser Kürbisfeld hinlegen können. Vielleicht sogar mal hier hinten. Hier so in die Ecke. Vielleicht auch gar nicht ganz so groß. Nicht so groß wie das Tomatenfeld. Und vielleicht auch nicht zu spät, sonst ist der Wurm schon wieder mit seinen Schlafvorbereitungen beschäftigt und kommt nicht. Zaun. Oh, da sieht es schon wieder sehr unordentlich aus bei mir in meinen Taschen. Zaun und ein Gatter. Und ja, die Größe. Ach doch, warum nicht? 9 mal 9 wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obwohl. Oh doch. Das passt schon. Weil das dann so nah, ich habe gerade überlegt, weil das so nah an dem Felsen dann ist. Also, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Geh mal weg bitte, dass ich was sehe. Weil ich muss gucken, wo der Abgang da ist. 7. 8, 9. So, dann wollen wir noch ein Eckpfosten. Und dann geht es hier rum. und dann sieht es halt dann immer erst, wenn man wieder von Weitem guckt, wie das überhaupt aussieht. und dann brauchen wir noch ein bisschen und dann brauchen wir wieder eine probelscheuche. Oh, sie hat es auch leicht gekocht, wenn das das ist. Wobei, so viele Tomaten durften gar nicht in der Küche sein, oder habe ich, glaube ich habe noch gar keine Tomaten in die Küche getan. wir brauchen eine Frühschulche. Ich denke jedes Mal, dass ich gleich weiterrennen kann und das ist ja nicht der Fall. Man ist ja immer noch im Menü. Ich glaube, hier ist die Mitte, oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 und 4. So, ein Kürbisfeld. Bitte umgraben. Aber da es jetzt schon Abend ist, würde es mich nicht wundern. Doch, er kommt. Was sollen wir als nächstes anbauen? Ja, hier. Hier mal graben, bitte. Du wirst doch ein Feldbällchen pflanzen, oder? Ja, aber erst, wenn du hier mir mein Beet umkrebst, bitte. Die sind halt jetzt beim Abendessen, deswegen machen die das nicht. Ah doch, da kommt einer. Da kommt schon einer. Okay. Oh, hier sieht man schon ein bisschen die Eiche. Die Eiche ist jetzt hier so groß. Da hinten, guck mal. Das ist ja schon ein richtiger Baum. Ein kleiner Baum, an dem man noch keine Schaukel aufhängen kann. Aber, da sieht man natürlich deutlich, dass der auch schneller wächst. Als der ohne Dünger. Ah, jetzt kommen sie alle und machen noch schnell hier. Aber nicht schon schlafen gehen, bitte. Oh ja, es wird dunkel, deswegen gehen die jetzt schlafen. Aber es dürfte reichen für ein paar Kürbis. Wie viel brauchen wir denn? Baue Feldfrüchte an. 211, 250. Ja, okay. 39, 49. Ich glaube, ich schlaf einfach mal eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Ach, die gehen jetzt erstmal alle baden. So eine Abenddämmerung. Okay. Auch der Wurm. Na, sowas. Da machen wir auch was brutzeln. Ich glaube, dann legen wir mal noch die Samen noch in die Kiste. Aber jetzt wird sie irgendwie... Ah, also... Jetzt haben sie natürlich nicht... Nicht... Ja, genau. Tomate. Dann können die da noch was schaffen an den Tomatensamen. Und dann hatten wir ja noch hier Zuckerrohr-Setzlinge. Aber da haben sie ja eh keinen Platz. Weil die... Das Zuckerrohr... Und das Beet ist voll. Aber die hier... Die wollte ich da noch reinpacken. In die Kiste. Also diese hier. Weil das Weizenfeld ist noch nicht ganz voll. Ach, ein Zuckerrohr packen wir da. Das müssen wir ja nicht rumschleppen. Wollen wir sie damit? Wieso ist das eigentlich hier in der Kiste? Eigentlich sollte das drüben sein. In der Kochkiste. Aber vielleicht bedient die sich hier ja auch. Das war das Wal. Dann passt's ja auch. Oh, jetzt sind wir wieder satt. Und dann gehen wir noch ein Ründchen schlafen. Am nächsten Morgen ist dann hoffentlich auch mein Acker dann so, dass wir ihn komplett bepflanzen können. Da sind wir wieder. Und natürlich müssen die erstmal alle versponnen. diese einsame Kürbiskopf, der gefällt mir auch nicht. Ich denke, ich werde tatsächlich das Feld... Aber es gibt ein Problem. Ein Problem, das für mich ein Problem ist. Das ist hier eine gerade Zahl, sodass ich diese Vogelscheuche nicht genau in die Mitte pflanzen kann. Ich könnte natürlich das Kürbisfeld auch hier hin machen. Und da hinten kommt dann irgendeine Wiese hin oder noch ein kleines Gärtchen oder so. Und dann ist das die äußerste Ecke des Kürbis. Das sind ja keine Kürbisse. Kohlköpfe. Das Kohlfeld. Und dann wird's mir wahrscheinlich... Oh, nee, dann schmeckt's aber gut. Und dann bitte nachher gleich arbeiten da, ja? Das würde nämlich heißen... Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Ach nee, das sind nur acht. Das passt ja dann auch nicht, so wie ich's möchte. Oh, wir wollten doch das Wasser verändern. Die Frage ist, was passiert, wenn ich da oben... Das ist ja eine nicht versiegelnde Quelle. Weil ich denke mal, das oberste Wasser läuft immer nach unten. Aber wenn ich das jetzt rausnehme und ein neues Wasser reinsetze, fließt es dann tatsächlich neu, so wie es hier... Das müsste ich höchstens mal testen an einer anderen Stelle. Wenn ich da jetzt irgendwo Wasser hinsetze, ob das dann rausfließt... Das testen wir jetzt mal. Ähm... Wenn ich jetzt hier Wasser reinflüsse... Ähm, das war die falsche Taste. Gute Biene. Tatsächlich. Aha, okay. Jetzt überflut ist aber natürlich alles. Das ist sehr unpraktisch. Und das möchte ich ja eigentlich nicht. Deswegen muss ich's jetzt wieder wegschöpfen. So, mega. Okay, so geht es. Aber wenn ich es jetzt... Jetzt müsste ich ein kleines Basin machen. Mit diesem schönen Wasser. Weil wenn ich jetzt das Braune schöpfe, dann habe ich das Braune im Kuh. Deswegen mache ich mir da jetzt ein kleines Wecken mit dem schönen Wasser. Und eigentlich müsste ich tatsächlich... Ich muss mal gucken. Ich habe ja noch andere Steine. Sechs Stück. War ich das für ein Braunele? Ach, die brauche ich ja nachher auch noch. Zumindest ein kleines Braunele, aus dem ich dann wieder schöpfen kann. Dann kann ich nämlich hier überall schönes Wasser an. Eigentlich bräuchte ich ja nur... Ach, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich hoffe nur, das versiegert mir jetzt hier nicht. Oh, jetzt wird mir genau einer. Nee, das ist halt doch noch so ein hieseliger. Und wenn ich hier jetzt Wasser reinschütte, dann müsste ich ja hier Wasser haben. Oder? Ist da jetzt Wasser drin? Jetzt. So. Dann hätte ich nämlich hier eine Quelle, wo ich das wieder rausholen kann. Hoffe ich. Sonst muss ich halt wieder nochmal zur Höhle gehen. Und dann nehme ich da oben das weg. Ganz hier oben. Wo es ausläuft. Wo es geht. Anja füllt Matschwasser in den. Topf ohne Boden. Ich hätte es aber gerne ganz weg. Die Frage ist, wo kommt denn das raus? Oh, ich muss... Ähm... Ich muss mir da was bauen, glaube ich. Ach, ich kann das nicht zubauen, oder? Kann das sein? Damit man das nicht sich zerstört, oder? Damit man sich seine Wasserquelle nicht im Zweifelsfall zerstört, wahrscheinlich. Das ist natürlich dann... Tatsächlich blöd. Dann werde ich wohl immer dieses Matschwasser haben müssen. Hm. Ach mal hier, das... Was wollte ich jetzt? Damit die Ranken weg haben. Auch wenn sie gerade schön aussehen. Also, es ist geschöpft. Es wird nicht weniger. Tja, dann geht es halt nicht. Leider geht es nicht. Ich muss... Ähm... Nee, ich brauche meine... So. Jetzt... Ähm... Ähm... Jetzt sieht es aber nicht mehr schön aus. Weg damit. Oh nein. Jetzt habe ich hier immer dieses blöde Wasser. Nee, jetzt ist es... Hm, vorbei. Nee. Jetzt habe ich mich selbst veräppelt. Weil, ähm... Naja, okay. Dann habe ich halt jetzt einen Reitenwasserfall. Mist. Miest! Ach, so oft habe ich ja da sowieso nicht hoch. Von dem her wird es mir kaum ins Auge stechen. Mich hat halt eher die Farbe gestört. Oh, dass ich das nicht wegkriege? Also, ich meine, das würde ich wahrscheinlich wegkriegen, wenn ich hier jetzt nochmal die Blöcke hinmache. Hier. So wie eben gerade. Und dann, ähm, da schöpfe. Dann müsste er eigentlich wieder wegkriegen. Ja. Genau so. Und das hier. Nee, das bleibt. Okay. Vielleicht war das schon vorher. Ich weiß nicht, ob es vorhin auch schon so weit hoch vorgegangen ist. Ach. Schütz halt wieder hin. Okay. Und jetzt ist es wie vorher. Ne? Nee, nicht wirklich. Okay. Weiß ich nicht. Jetzt lass mich so. Jetzt gucken wir mal zu unserem Kürbisfeld. Oh, ja, sehr schön. Jetzt können wir nämlich hier Vögel drumherum pflanzen. Und. Jetzt würde ich tatsächlich mal eine Zeile freilassen. Und gucken, wie das aussieht. Wenn man so eine Art Weave dazwischen hat. Aber ich denke mal, vor allem bei den Tomaten sieht es besser aus, weil dieses ja so viele Stecken sind. Und dann sieht es so ein bisschen geordneter aus. Mal schon. Baue viele Feldfrüchte an. Mission erledigt. Oh, ho, ho. Und jetzt gibt es gleich ein Fest. Aber ich mache ja noch fertig. Oh, nein. Ich darf mich fertig machen. Die freuen sich so sehr. Juhu. Wir haben es geschafft, Anja. Ja, der Grünfeldbauernhof erstrahlt in neuer Pracht. Und zwar heller als je zuvor. Und das Gottesgewächs haben wir auch gedeihen lassen. Na nun? Ich sehe jetzt überhaupt nichts, was ich hier in diesem blöden. Ego. Mote bin. Anja, sieh nur. Das Gottesgewächs wird von großer Macht durchströmt. Sehen wir uns das näher an. Oh. Oha. Oha. Ein gezwirbelter Stamm. Das Gottesgewächs wird noch größer. Es. Es ist so wunderschön. Es ist noch wunderbarer, als ich es mir je vorgestellt hatte. Unglaublich. All die Energie der Pflanzen, die wir angebaut haben, ist ins Gottesgewächs geströmt. Da kommen mir ja fast die Tränen. Wuhaha. Vielleicht können wir diese Insel doch wieder mit Leben und Licht erfüllen. Wir werden den Übelwind ein für alle Mal von diesen schönen Gestaden vertreiben. Hm. Das Wachstum des Gottesgewächses schreitet gut voran. Vielleicht wird es mit der Zeit sogar zu voller Größe und Stärke heranwachsen. Aber ich fürchte, dass die Kinder Hargons es vorher vernichten werden wollen. Ich muss mich mit dem gescheiten Gebonsen beraten, bevor es zu spät ist. Aber vorher gibt's ne Party. Heute ist der Tag, an dem der Grünfeldbauernhof endlich wieder oben auf ist. Wenn das kein Grund für ein Erntefest ist, dann weiß ich auch nicht. Hm. Warte, wahre Worte, Peer. Hör zu, Menschen. Es wird Zeit, dass wir eure gute Arbeit feiern. Juppie. Da freuen sie sich. Jetzt haben wir so viel Arbeit damit gehabt. Die Saat des Erfolges Teil 2 abgeschlossen. Vielen lieben Dank für deine Hilfe dabei, die Aufträge von Pastor L zu erfüllen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hihi, du siehst auch ziemlich zufrieden aus. Sieh dir nur das Grinsen auf deinem Gesicht an. Da scheint sich jemand auf das Erntefest zu freuen. Aber die Feierlichkeiten können noch nicht beginnen. Ich glaube, einige der anderen Dorfbewohner möchten vorher noch ein paar Dinge erledigen. Und als unsere persönliche Erbauerin bist du die Einzige, die ihre Träume Wirklichkeit werden lassen kann. Sobald du dich um all ihre Wünsche gekümmert hast, können wir losfeiern. Zum Beispiel eine... Schaukel aufhängen. Oh, ganz viele Herzchen. Viele, 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 viele Herzchen. Bis jetzt wächst hier noch nichts, aber sie hatten ja vor lauter Freunden noch keine Zeit hier zu was zu wiesen. Vielleicht sollte ich doch einen Graben drumherum bauen, dann müssen sie nicht wiesen. Und er hier geht baden. Okay, ich kann ja mal die Eiche anschauen. Vielleicht ist sie schon groß genug für eine Schaukel. Monster erscheinen. Nein, die hat sich noch nicht verändert. Oh nein, schnell hin, schnell hin. Hoffentlich sind es nicht die Sprenger. Oh doch, es sind die Sprenger. Und sie haben auch ein Loch hinein. Oh, ich sehe schon, ich muss die ganze Bandbreite hier mit Steinen verstärken. Ja, guck, die sprengen sich einfach durch. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn ich denen einen Zugang mache, machen sie das vielleicht nicht. Und sie haben sich trotzdem durchgesprengt. Das ist echt ärgerlich. Weil sie machen mir ja dann auch meine Wiese kaputt. Ich war nicht schnell genug da, weil ich da hinten war. Okay. Dann müssen wir dies jetzt wieder vollführen. Bin ja froh, dass sie mir jetzt kein Feld kaputt gemacht haben. Sondern nur eine Wiese, sozusagen. Ja, dann geh mal weg, dann kann ich das alles ganz richtig richten. Wenn du mir nicht im Weg stehst. Irgendwann mache ich eine ganz fette Mauer dahin. Dann wird nichts mehr gesprengt. Gegen die Ameisen hilft es, aber gegen die leider nicht. Die Kinder-Hargons. Ach, weißt du was, dann mache ich mir da doch jetzt einen Aufgang. Und dann kommt da ein Törchen hin. Und... Frosten. Und dann brauchen wir da wieder eine Begrünungskugel. Oh, da hat ja jemand... Ach, wenn ich die... Ach, ich warte mal, bis die hier draußen sind. Habe ich noch eine dabei? Oh ja, nee, nee, nee. Dann kann er hier was schaffen. Das müsste eigentlich passen hier, dass er alles mitnimmt. So. Wir haben ja jetzt genug. So. Ja, der Samen ist gekeimt. Wir haben eine kleine Kürbispflanze gezogen. Oh, ich habe noch gar nicht geguckt. Ich habe so viel über Kürbisse gehört. Angeblich sind sie sehr lecker, wenn sie gegrillt werden. Und zudem auch noch gesund. Ich kann es kaum erwarten, einen zu probieren. Schon bald wird das Göt des Gottesgebäcks wieder völlig erstarkt sein. Aber ich bin nicht sicher, was danach passiert. Ich habe es Tag und Nacht studiert, um seine Geheimnisse zu enträtseln. Wo wir gerade von Geheimnissen reden, der Geist auf dem Friedhof erwähnte etwas Merkwürdiges. Er sagte, dass vor langer Zeit ein Erbauer auf dieser Insel wohnte. Er war es wohl, der sie in eine Utopie verwandelte. Aber wenn das stimmt, dann haben alle angefangen zu glauben, dass Erbauer nur Verwüstung und Verzweiflung verbreiten. Wenn du mich fragst, dann steckt nicht nur das Gottesgebäcks voller Geheimnisse. Diese Geschichte von dem Erbauer ist zu... Ah, da kommt ja unser Möchtegernbürgermeister. Mächtige Metzeldiener Anja, der Grünfeldbauernhof sieht besser aus als je zuvor. Das lang erwarte Erntefest, das lang erwartete Erntefest rückt näher. Das bringt mich zu meiner Bitte, obwohl du dir sicher bereits ausmalen kannst, worum es gehen könnte. Genauso ist es, mein Mädchen. Läute für mich die Glocke des Erbauers, damit unsere Baufähigkeiten in den Himmel schießen und noch mehr Arbeitswillige auf den Hof kommen. Irgendwas sagt mir, dass das nächste Glockenläuten so etwas wie eine erbauerische Renaissance auslösen wird. Frag mich nicht, warum. Ich habe es einfach im Gefühl. Oh, dann bin ich aber gespannt. Also Anja, deine Mission ist klar. Erfülle die Bitten deiner Dorfbewohner, verdiene ihre Dankbarkeit und läute die Glocke des Erbauers noch einmal. Okay, dann machen wir das doch gleich mal. Ist ja schon überfällig. Oh, komm. Okay. Ist ja schon überfedet, don es gut zu mir zurück. Vielen Dank.